Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind heute zum Thema Cobots im Rheinraum, eine neue Robotikdimension für die Halbleiterindustrie. Ich freue mich sehr darauf, Ihnen dieses sehr spannende Thema heute näher bringen zu dürfen. Und fast noch mehr freue ich mich darüber, dass ich das nicht alleine tun muss, sondern dass ich interessante Gäste hier bei mir auf der Bühne, aber auch zugeschaltet begrüßen darf. Ja, in diesem Sinne möchte ich als Ersten Ralf Ziegler begrüßen. Er ist KUKA-Experte für die Elektronik und insbesondere für die Halbleiterindustrie. Hallo Herr Ziegler. Hallo Herr Schuster, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gerne hier. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zunächst aber mal an Sie meine Frage. Wenn Sie an Industrierobotik denken, welche Bilder haben Sie dann im Kopf? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie an Roboter denken in klassischen Produktionsumgebungen, beim Be- und Entladen von Fräsmaschinen, beim Schweißen von Metall oder vielleicht auch beim Einsatz in der Gießerei-Branche. Das sind alles klassische Umgebungen für Industrierobotik. Da geht es dann häufig dreckig und schmutzig zu. Die Roboter nehmen den Werkerinnen und Werkern im wahrsten Sinne des Wortes die Drecksarbeit ab. Wenn wir uns aber mit Robotik in der Halbleiterindustrie und in Reihenräumen beschäftigen, dann sieht das Bild ganz anders aus. Und zwar so. Auch in den Reihenräumen der Halbleiterindustrie geht es durchaus extrem zu, wenn auch ein bisschen anders extrem. Und darüber möchte ich jetzt gerne mit meinem Gast Ralf Ziegler sprechen. Vielen Dank. Herr Ziegler, Sie betreuen seit vielen Jahren Kunden aus der Elektronikindustrie und sind der KUGA-Experte für die Halbleiterbranche. Was ist denn das Besondere an der Automatisierung für diese Branche? Automatisierung in der Halbleiterbranche findet in sogenannten Reinräumen oder Reinsträumen statt. Das bedeutet konkret, wenn man dies mit Ihren vorigen Beispielen vergleicht, finden wir hier eine umgekehrte Welt. Konkret gesagt, wenn man in Ihren Beispielen den Roboter von der Umgebung schützen muss, also vor Schmutz, Dreck, Hitze, dann muss man im Reinraum die Umgebung vom Roboter schützen in Bezug auf Partikel. Und das lässt natürlich den zweiten Schluss gleich zu, dass der Mensch in diesen Räumen der Bottleneck darstellt in Bezug auf Kontamination, Partikelgenerierung und somit Automatisierung unabdingbar ist. Wie muss ich mir denn so eine Reinraumumgebung vorstellen und warum muss es da so steril sein? Hierbei handelt es sich um einen komplett geschlossenen Raum, in dem die Konzentration luftgetragener Teilchen im Schwerpunkt im Zielkorridor liegt. Diese Teilchen können die Struktur integrierter Schaltkreise zerstören. Bildlich gesprochen, wenn wir uns das vorstellen und uns einen Kubikmeter Luft als Beispiel nehmen, befinden sich in diesem Kubikmeter Luft laut ISO-Klasse 3 35 Partikel einer Größe von 0,5 µ. 0,5 µ bedeutet 0,0005 mm. Wahnsinn! Im Vergleich, ein Kubikmeter reiner, ultrareiner Nordpol Luft hat mit dem gleichen Volumen 10.000 Partikel dieser Größe. Wahnsinn! Also wirklich sehr beeindruckend. Eine andere beeindruckende Zahl, die ich gefunden habe, ist, dass im vergangenen Jahr 433 Milliarden US-Dollar Umsatz in der Halbleiterindustrie generiert worden sind, trotz der Corona-Krise und für 2021 und 2022 wird von neuen Rekorden ausgegangen. Haben Sie eine Erklärung für uns? Warum ist das so? Das darf uns nicht verwundern. Gerade in Bezug auf die Pandemie oder wegen der Pandemie ist die Halbleitermarkt, die Halbleiterbranche natürlich exponentiell gestiegen. Das bedeutet, führen wir uns bildlich vor Augen, wie unser tägliches Geschehen, unser Tagesablauf aussieht. Wir wachen morgens aus, werden durchs Handy geweckt, Schaltzeiten, Wecker, gehen über ins Bad, finden hier elektrische Zahnbürsten, Föhn, gehen runter in die Kaffee, Theke, Küche, Toaster, Elektroherde, Kühlschränke. Alle diese Geräte haben natürlich eine Halbleiter in sich. Wenn man dann in die Garage geht, auf dem Weg ins Borough, finden wir natürlich die E-Mobilität, der neueste Megatrend. Und im Borough sind Halbleiter überhaupt nicht wegzudenken in Bezug auf Laptop, Desktop, Drucker. Und dann, nach einem wohlverdienten Abend oder Tagesablauf, kommen wir abends wieder heim und finden unser Smartphone vor. Also von daher wird der Trend nicht abbrechen, nein, im Gegenteil, er wird sich verstärken. Bis so ein Halbleiter fertig produziert ist, muss er ja schon mal durchaus tausend Arbeitsschritte oder auch mehr durchlaufen. Das kann sich manchmal Monate hinziehen. Was heißt es denn für die Automatisierungsanforderungen? Wenn man die Arbeitsschritte mit Prozessschritten in Vergleich setzt, dann bedeutet dies natürlich einen riesigen Logistikaufwand. In neuen Fabriken wird die Logistikaufwand durch sogenannte OHT-Systeme in der Zwischenzeit automatisiert. OHT steht für Overhead-Transportsysteme. In bestehenden FAPs ist dies leider aus technischen, statischen Gründen zurzeit nicht möglich. Und für diese Applikationen, für diese Logistikaufwand haben wir explizit eine mobile Lösung entwickelt mit einem Cobot. Wir nennen das Ganze KM-IWA. Das bedeutet KUKA Mobil Robotik Industrial Intelligent Work Assistance. Das haben Sie es gerade schon angesprochen. Wäre mal eine nächste Frage gewesen. Vielleicht sagen wir es trotzdem nochmal. Welche Produkte bietet KUKA denn für die Automatisierung von Reinräumen an? Die KUKA hat über 300 verschiedene Robotertypen. Wir arbeiten seit 20 Jahren sehr erfolgreich und sehr stark mit dem Fraunhofer-Institut IPA in Stuttgart zusammen. Das Fraunhofer-Institut macht für uns die Zertifizierung, die Klassifizierung unserer Roboter. Das bedeutet, wir haben in der Zwischenzeit eine Produktrange, die fängt beim kleinen Robotik-Segment an für Single-Waver-Handling, Rett-Tikel-Handling und geht dann aber über auch zu hohen Traglasten. Diese hohen Traglasten brauchen wir zum Beispiel im Display-Handling. Displays werden auch im Reinraum gefertigt. Darüber hinaus nicht nur Sechs-Achskinematen, sondern wie gerade erwähnt, unsere Cobots, sieben Achsen mit kompletten Lösungen, bieten wir komplett an. Aber nicht nur das, sondern es geht über die Produkte in der Zwischenzeit hinaus. Wir bieten komplette Turnkey-Solutions an. Das bedeutet, Sie bekommen von der KUKA alles aus einer Hand geliefert. Von der Planung bis zur Integration. Ja, Herr Ziegler, Sie haben es gerade erwähnt, dass KUKA seit vielen Jahren schon mit dem Fraunhofer-Institut IPA kooperiert, um Roboter sozusagen reinraumtauglich zu machen. Darüber möchten wir gern mehr erfahren. Und deshalb freue ich mich, dass uns nun Dr. Frank Bürger zugeschaltet ist vom Fraunhofer-Institut IPA aus Stuttgart. Hallo Herr Bürger, grüß Gott. Auch von meiner Seite aus, Herr Bürger, herzlich willkommen. Herr Bürger, die Abkürzung IPA steht für Institut für Produktionstechnik und Automatisierung. Was genau macht denn das Fraunhofer-IPA eigentlich? Das Fraunhofer-IPA befasst sich umfassend mit der angewandten Industrieforschung. Wir haben aktuell die Leichtthemen Batterieproduktion, biointelligente Wertschöpfung und digitale Transformation. Auf Ihrer Visitenkarte steht nun Reinraum- und Reinheitstauglichkeit. Was bedeutet das? Also welche Themen beschäftigen Sie am meisten? Ja, also ich betreue mit meiner Gruppe eine Vielzahl internationaler Industriepartner, die ja optimieren und gestalten für diese Kunden Anlagentechnik, damit die ausreichend sauber ist. Darüber hinaus untersuchen wir sehr viele Industrieprodukte im Rahmen einer Reinraumzertifizierung, die wir mit dem Prüfzeichen Fraunhofer-Testival ist, unterlegen. Nun ist es ja so, dass Roboter häufig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Drecksarbeit abnehmen. In Reinräumen ist es anders, weil es da was sehr clean und rein eben zugeht. Wie macht man denn einen Roboter nun reinraumtauglich? Reinraumtauglich heißt erst einmal, dass man das Partikelemissionsverhalten begrenzt. Das erreicht man über eine reinheitsgerechte Konstruktion mit geeigneten Werkstoffen und gegebenenfalls Spezialdichtungen, die Partikel am Austritt aus einem Roboter hindern. Neben der Partikelemission, also der Reinraumtauglichkeit, gibt es verschiedene andere Reinheitsgetarien, die bankenspezifisch verschieden gewichtet werden. Beispielsweise elektrostatisches Verhalten, die chemische Beständigkeit, die biologische Beständigkeit und die chemikalen Beständigkeit. Warum müssen denn Roboter überhaupt reinraumtauglich gemacht werden? Und in welchen Industrien werden sie dann schwerpunktmäßig eingesetzt? Ja, also die Industrieproduktion in verschiedenen Branchen wird zunehmend automatisiert. Und diese Automatisierung ist mit einer erhöhten Sauberkeit, der Sauberkeitsanforderung verknüpft. Und Roboter sind ein zentrales Element der Automatisierung und müssen dementsprechend auch sehr sauber sein. Und sie verknüpfen, Gott sei Dank, die Anforderungen hinsichtlich Schnelligkeit, Präzision und dieser Sauberkeit gleichzeitig. Werfen wir doch mal einen Blick auf Ihre Forschung zur Robotik im Rheinraum. Was mich interessieren würde, welche Schwierigkeiten gab es da? Welche Herausforderungen hatten Sie zu meistern? Also das herausforderndste für uns im Zusammenhang mit diesen Robotern und dem Thema Rheinheit war die schiere Größe und die Abmessung dieser Roboter. Wir haben dazu unsere komplette Infrastruktur angepasst. Wir haben einen Schwerlast-Einraumboden installiert. Wir haben entsprechende Stahlbetonsockel aufgebaut mit Schwerlastsockeln, um Roboter bei erhöhten oder sehr hohen dynamischen Beanspruchungen auch Freienraumkautigkeit zu testen und auch entsprechend zu optimieren. Eine Frage, die uns natürlich besonders interessiert. Was verbindet Sie denn mit KUKA? Ja, mit KUKA verbindet mich persönlich der langjährige, sehr angenehme, zielorientierte Kontakt mit der Zusammenarbeit. Und natürlich auch der persönliche Kontakt mit dem heutigen Gast, auch dem Herrn Ziegler. Werfen wir vielleicht noch einen Ausblick auf Ihre Forschung. Welche neuen Trends ergeben sich denn oder wo sind Ihre Entwicklungsschwerpunkte für die Zukunft? Wir arbeiten aktuell aktiv an neuen Systemen zur Optimierung und Auslegung von reinheitstechnischen Anlagen und Komponenten. Wir entwickeln auch Systeme wie das CAPE. CAPE steht für Clean and Protective Environment. Das ist ein zeltartiger, textiler Aufbau, ähnlich wie einem Reinraum, nur sehr modular, flexibel und leicht. Oder auch das System Second Skin. Second Skin ist im Grunde ein textiler Reinheitsüberzug für Automatisierungskomponenten und führt dazu, dass Standardindustriekomponenten mit diesen Höhlen im Reinraum eingesetzt werden. Übergreifend kann gesagt werden, dass Reinheit in verschiedenen Branchen neu einzufalten wird, bis jetzt nicht auf Sauberkeit gesetzt haben. Und die Branchen, die das bis jetzt getan haben, werden zunehmend saubere Prozesse erarbeiten müssen, um den zukünftigen Anforderungen der Produkte, die dort hergestellt werden, genüge zu tun. Ja, vielen Dank, Herr Bürger. Das war sehr interessant und sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Alles Gute nach Stuttgart. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Gerne. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was wir bisher gelernt haben, auch in den Reinräumen der Halbleiterindustrie geht es extrem zu. Wenn auch vielleicht anders extrem als zum Beispiel in der Gießereiindustrie oder in anderen Umgebungen. Halbleiter werden unter sehr sterilen Reinraumbedingungen produziert. Sie durchlaufen sehr, sehr viele Prozessschritte, müssen entsprechend sehr, sehr oft von einem Prozessschritt zum nächsten transportiert werden, sind gleichzeitig aber extrem empfindlich und vor allen Dingen teuer, weshalb sie beim Transport besser nicht zu Bruch gehen sollten. Also ich weiß nicht, wie das für Sie klingt, aber für mich klingt das nach dem perfekten Job für einen Roboter. Wir haben nun viel über Theorie und Hintergründe gelernt. Jetzt wird es höchste Zeit, mal einen Blick in die Praxis zu werfen. Da freue ich mich ganz besonders, dass wir nun Martin Moser zugeschaltet haben. Er ist Teamleiter im Bereich Automated Material Handling System beim Halbleiterhersteller Infineon am österreichischen Produktionsstandort in Villach. Hallo Herr Moser, Servus nach Kärnten. Hallo Herr Moser, auch herzlich willkommen von mir. Schön, dass wir uns wiedersehen. Hallo. Ja, Herr Moser, meine erste Frage. Was produziert denn Infineon eigentlich in Villach und wo werden dann diese Produkte später eingesetzt? Die Infineon Technologies Austria AG ist ein Konzernunternehmen der Infineon AG und wir produzieren Halbleiterlösungen für die Industrie, aber auch für die Consumer-Elektronik. Diese Mikrochips werden zum Beispiel in Smartphones, im Kühlschrank oder auch in Ausweisen eingesetzt. Nun setzen Sie ja bei sich in der Produktion verschiedene Automatisierungslösungen ein, unter anderem auch Cobots von KUKA. Welche Aufgabe übernehmen denn diese Roboter? Die Roboter, welche man auch in meinem Hintergrund sieht, be- und entladen hauptsächlich unsere Produktionsanlagen. Sie übernehmen damit die zeitgerechte Bestückung von den Anlagen und sorgen dafür, dass wir eine möglichst hohe Produktivität erreichen. Die Be- und Entladung von diesen Systemen erfolgt hinter mir gesehen in einer vollautomatischen Anlage mit Lagerung, Transport und eben der Produktionsanlagenbeladung durch die Roboter von KUKA. Was waren denn so Ihre Anforderungen an eine solche Automatisierungslösung und inwiefern werden die durch die Cobots erfüllt? Die größte Herausforderung war der Einsatz im Rheinraum. Wir brauchen sehr saubere Systeme, um unsere hochsensiblen Wefa im Rheinraum zu handeln. Zusätzlich ist uns wichtig, dass wir die Systeme 24-7 einsetzen können und dass wir unser Produkt bestmöglich schützen. Die Roboter von KUKA bieten hierbei die ideale Lösung. Wir haben Roboter der ISO-Klasse 3. Durch die Flexibilität der siebten Achse können wir Abläufe realisieren, die vorher nicht möglich waren. Und die Sensitivität bietet uns die Möglichkeit, unser Produkt bestmöglich zu schützen. Hier war vor allem auch bei der Zusammenarbeit das Know-how von KUKA ein wichtiger Teil, dass wir das System zu einem stabilen Betrieb gebracht haben. Jetzt haben Sie es gerade selbst schon ein bisschen angesprochen. Was mich noch interessieren würde, was waren denn so die größten Herausforderungen während der Projektumsetzung? Und wie wurden die gelöst bzw. wie konnte KUKA dabei unterstützen? Wir haben bei dem Projekt gemeinsam sehr viel gelernt. Es waren viele Herausforderungen, zum Beispiel der Einsatz im Rheinraum. Hierzu kann ich mich gut erinnern, dass KUKA vor Ort war. Wir haben gemeinsam bei uns im Rheinraum das erste System aufgebaut und mit einfachen Versuchen erste Studien gemacht. KUKA hat das Ganze im LBR dann zur Serienreife gebracht und wir können das System jetzt im Rheinraum einsetzen. Ja, abschließend vielleicht noch die Gretchenfrage. Wie zufrieden sind Sie denn mit uns, mit KUKA, mit unseren Produkten und dem Service? In der Zeit von der Umsetzung oder von der ersten Idee bis zur Umsetzung eines stabilen 24-7-Betriebs gab es sehr viele Herausforderungen. Hier war die Zusammenarbeit mit KUKA sehr wichtig. Ein wichtiger Punkt hierbei war unser zentraler Ansprechpartner Ralf Ziegler, der uns immer zur Seite gestanden ist und die nötigen Verbindungen hergestellt hat. Aktuell laufen die Systeme bei uns im Betrieb sehr gut und wir hoffen, dass das auch für die nächsten Jahre so bleibt und sich weitere Projekte zwischen uns und KUKA ergeben. Ja, darauf hoffen wir natürlich auch, Herr Moser. Würde uns sehr freuen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns heute genommen haben. Das war wirklich sehr spannend, mal einen Blick in die Praxis werfen zu dürfen. Also herzlichen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch. Servus. Sehr gerne. Dankeschön und liebe Grüße zurück. Danke, Herr Moser. Alles Gute. Bis bald. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind bereits am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es war für Sie genauso spannend und interessant wie für mich. Ich hoffe, dass wir Ihnen einen guten Einblick in die wirklich faszinierende Welt der Halbleiterfertigung geben konnten und Ihnen auch vermitteln konnten, dass KUKA für diesen Bereich der richtige Partner ist. Wenn Sie noch Fragen haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, sich an uns bzw. an meinen Kollegen Ralf Ziegler zu wenden, der Ihnen gerne zur Verfügung steht. Sehr, sehr gerne. Vorab nochmal vielen Dank für die Einladung, Herr Schuster. Hat mir riesig Spaß gemacht. Und ein kleiner Hinweis noch vorab. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie auch bei uns auf der KUKA-Webseite kuka.com und ich freue mich von Ihnen zu hören. Vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank, Herr Ziegler. Hat Spaß gemacht. Und ja, dann bleibt uns nur noch Ade zu sagen. Einen schönen Tag. Servus von KUKA. Euer Koordinar Und ja, dann fällt mir vor. Vielen Dank.